Musik Heute ist der zweite Tag dieser Vereins offenen Tage. Mein Name ist Hans-Jahr Reim Henning. Viele kennen mich ja als den zuständigen Vereinsvorsitzenden und natürlich auch den Zuständigen für den Besucherdienst an den Berliner Flughäfen und für das Büro für Luftfahrtgeschichte. Und über diesen Weg erüberechtigt sich das eigentlich über ein Hobby zu sprechen, dass das Hobby dahin ausgerichtet ist. Leider haben wir nicht allzu viel Beteiligung. Wer weiß woran es liegt, so Richtung Jahresende. Oder die Leute denken alle schon an Weihnachten, wollen einkaufen gehen, Shopping ist alles heutzutage, gehen in die Kaufhäuser. Wir hoffen natürlich, dass noch ein paar mehr kommen. Aussteller sowie natürlich auch Leute, die hier gucken und was erwärmen wollen oder auch nur tauschen wollen. Mal sehen, wie es geht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.